Und damit herzlich willkommen hier im Leipzig. Ja, Zentralstadion heißt es schon. Wenig stärker sind meine Leute Punkten gegen das Produkt, gegen das Brause-Produkt aus Österreich. Ja, ist jetzt nicht die blickste Mannschaft, aber der erste Schatz ist bei uns zwischen Ecke von Bukwa. Man tickt zu kurz kein Problem für den Dormann. Martin Hieu? Was? Schraulein? Keine Ahnung. Ah ne, für den Rechtsteil, nicht für den Dormann. Kein Fehler. Wieder Ecke. Zur nächsten Ecke sehe ich jetzt nur. Ustari ist nämlich Oskar. Lady Oskar, Lady Oskar. Niederschanz, Niederecke, Bukwa. Drei Minuten, das Spiel, dritte Ecke. Bukwa bringt jeder auf zu Fjell. Der Bein platziert in die linke Ecke. Ein Kopf, eins zu Null für den FC Rot-Weiß Erfurt. Nach drei Spielminuten, drei Ecken, ein Tor. So muss das weiterlaufen. Wie zwei Kampagne gehen die beiden Mannschaften hier aufeinander los. Schön. Das ist ein Start nach Maß. Das ist ein Start nach Maß. Leipzig spielt mit Absatzfalle, bringt ihn bei Eckbällen recht wenig. Jetzt auf gelbe Karte für Marvin Kopper. Ein Innenverteidiger. Der Leipziger. Nach Handspiel. Jetzt ist nicht mehr so viel los. Hüftis raus. Freistoß für Mike Ott. Von links. Hochfreistoß durch Klos. Dort der groß gewachsene Stürmer kriegt in Rücklage. Keine Ball nicht drücken. Schade. Noch ein Chancien durch Klos. Und zieht ab. Ist gerade noch mit Fingerspitzen dran. Und verändert den zweiten Treffer des FC Rot-Weiß Erfurt. Also. Ganz Parade hier von Alfredo Mustari aus Leipzig. Leipzig. Nochmal Ecke links. Gut wahr. Ecke kommt. Ja. Schön am Ende Punkt. Stimmt heraus. Und schiebt ihn bei zur Seite. Hat nen Gut. Nochmal Rot-Weiß. Also Leipzig noch nicht eine Chance gehabt. Ich sag mal weiter so. Schickt Ott. Seine Strafe einträgt quer auf Klos. Der groß gewachsene Stürmer muss nur noch einschieben. Und der Dame Kalle bräge. 2 zu 0. Leipzig. Ja. Kommt nicht zu Potter. Leipzig kommt nicht zu Potter. Wir machen das zweite Tor. Ah. Schön. Wichtig. Wichtig sag ich euch. Jetzt erste Chance im RB. Spielt schnell und schnötenlos nach vorne. Tomala nimmt Miku mit. Und. Kaiser. Verpasst das Tor. Knapp. Glück gehabt. Lassen zwei laufen. Wiederschance. Für uns. Max sieht. Was. Ach. Spiel den Ball. Bruchte eine Sekunde zu spät. Auf Jel. Der steht im Abseits. Schade. Wobei es so weiter ein Herr des Geschehens. ist. Auch wenn man nicht mehr als so viel macht. Der RB Leipzig hat sich. Nicht. Hat nichts entgegengesetzen. Hat es aufgegeben wollte ich jetzt lesen. Geben aber auch selber raus. Jetzt auf keinen Fall nachlassen sage ich. Los. Schön. Schön dass ich auch mal loben kann. Hier haben wir Spieler loben die ich sonst nicht so. Steve nochmal loben. Mein Gott ist sonst kaum drin. Ich möchte mich mal motivieren. Das ist jetzt gar nichts. Er hat drei Nösen. Wumschung. Ja. Gehen wir weiter. Alle aufwärmen. Und ich sag weiter so. Wie in Halbzeit 1. Schatz. Chance für uns. Eine gute Chance sogar. Schön verwirrend im Strafraum. Keiner steht den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Klosse Ball. Zier kurz dann ab. Aber. Oscar Alfredo ist alles zu schneller. Aufs lange Eck. Wer hat schon aufs lange Eck. Schatz. Puh. Tremi kommt noch dran. Schön. Mini Chance. Schöner Pass. Ja. Vorbei. Na gut. Jetzt riesen Chance hierfür. RB Leipzig. Und Eckball raus. Ich möchte dann auch mal. Berge Chancen. nicht geben. Aber erstmal Ecke von links. Rebic. Anter übernimmt die Ecke. Hebt den Ball im Finger. Und. Wird schön. Und dann geben auch ihm die Taktik. Einen Ball. Berge kriegt gleich eine Aufgabe. Nicht die einfachste für ihn. Aber. Das macht das mit. Er soll ja Praxiserfahrungen sammeln. Dafür ist er da. So. Jetzt gehen wir in die Aufstellung. Wir werden auch noch ein bisschen wechseln. Kamloth. Wie gesagt. Als Aufbaumann. Möwald möchte ich jetzt mal. Komplett schon eigentlich. Andererseits. Aber. Möwald. 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 Schatz zu Rundweiß. Jetzt sind wir das sogar ein bisschen schwächer. Als RB. Kommt noch. Kommt nicht her. Was? Was? 3-0. Barkic im Fahrer Reingabe vom Haus hinein und schaufelt den Ball von Meterpunkt an. Oh sorry. Vorbei ans Tor. Cool. Habe ich jetzt gar nicht so mitgeschnitten. Haha. Schön 3-0. Gegen die Krause Mannschaft. Aus Leipzig. Schön. Schön. Wie gesagt. Ihr Ziel ist und bleibt der Lichtabstieg. War auch so mitantwortlich ausgehandelt. Die Obergi durch. Gut. Ich muss von Berge am Spitz anbieten. Ehe jetzt Berge. Hitsch. Paulsen. Gut, boy. Also kriegt der Ecke gleich einen neuen Kuschelpartner. Haus ist aber nicht mal ein Kuschelpartner. Richtiges Spielerbild. Okay. Chance für RB Leipzig. Aber wir führen 3-0. Theoretisch dürfte hier nichts mehr schief gehen. Das Leipzig ist aber noch zur Seite weg. Sprich nochmal Eckball für RB. Steve passt auf. Schön. Ist wichtig. Nochmal Angriff. Ja, können sie auch. Wenn Berge da ein bisschen was mitnehmen. Ist schön. Ein bisschen sich was von Steve abschaut. Hier. Ein bisschen Erfahrung mit. Ein bisschen Weisheit mitnimmt. Was? Ich hoffe, da geht schnell durch die Zwischenecke. Kamen dort wollte gerade hier abziehen. Schade. Ecke jetzt von Pukva. Auf der linken Seite. Kurze Variante. Legt auf Berge auf. Der zieht zu halbwegs über das Tor. Ach, ach, aber über das Tor so. Na gut, Viert ist es. Verteidiger. Ein junger Verteidiger. Man hat zwar einen guten Vorbereitung. Ein Schuss von Parker. Schließlich so abgefälschte. Verpflegt das Konek. Also gut mal. Guck mal. Ecke von Aris. Torbock leert. Dann gewinnt. Der Leonard mit den Füßen von Oc. Der nimmt ihn an. Dann den Schuss abzieht. Kamen steht in der Schussbahn. Fälscht den Ball mit der Hacke ab. Rot ist die Schanzen los. Keißer hat es abgehoben. Und 4-0. Und das ist nicht ein bisschen anders. Aber er rollt Millimeter am Tor vorbei. Man kennt es ja. Man kennt es ja. 4-0. Klar Angelegenheit hier im Zentralstadion in Leipzig. Die Thüringer schießen sie ab. Freistoßsitzer. Turala zieht ab. Die Thüringer schießen sie ab. Die Thüringer schießen sie ab. Die Thüringer schießen sie ab. Und nicht. Okay. Gut. Kein Problem. Kein Problem. Heute hat es auch noch ein bisschen verbessert. Köft. Über die Ladder. Schlussschrift. Wir gewinnen mit 4-0. Schöne Partie gewesen. Schöne Partie. Geht weiter. Okay. Gehen wir die Ergebnisse durch. Paderborn besiegt Ingolstadt. 5-1. Bremen gegen Dresden. 1-0. Bocheng gegen Nüsseldorf. 2-3. Leipzig gegen Erfurt. Gesend 0-4. Haule gegen Kräuterfurt. 0-2. Braunschweig gegen Nürnberg. 0-2. Frankfurt gegen Heidenheim. 1-1. Union Berlin gegen Karlsruhe. 2-2. Und Arnhem gegen Sathausen. 1-0. Damit haben wir uns wieder mal Platz oben gesichert. Aber guckt mal hier hin. Platz 3 bis Platz 6. Alles 29 Punkte. Also hat sich noch gar nichts entschieden. Was wir halt sehen. Bremen hat jetzt ein Tor mehr. Von 7 auf 8. Und wir haben halt jetzt 4 Tore. Wir haben das Torverhältnis noch deutlich verbessert. Zweitbesten Sturm. Ich das so überblicke. Ja. Den zweitbesten Sturm. Solide. Solide. Und Gegentore sind wir. Ah. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist da gut. Autor ist halt, wie gesagt, schön zu sehen, dass wir da doch so weit vorne sind. Niederlagen haben wir erst. Pader Brunner. Hat noch gar keine Niederlage. Noch nicht eine. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Seif Düsseldorf hat das 2 hier lang. Aber also um kurz weiter Ausgleich machen. Bremen hat schon 4. Na egal. Stimmen gehen wir auch mal ran. Das ist auch der Trainer Alexander Tronecker. Oder besser gesagt, der Ex-Trainer normalerweise. Was? Die Europapokalplätze schwirren in den Köpfen anderer Leute herum. Jedoch nicht bei uns. Es ist noch ein schwieriger Weg für uns. Der Philipp Cleveland ist ein ruhiger Pol. Ich glaube, Europa in der 2-Liga zu reden ist auch vermessen. Kam dort. Oh, hat es geschafft. Wo er noch reinkommen ist. Das ist schön. Und wieder sind wir mit ganz vorne. Schön. Und dann geht's. Ach du großer Gott. Gegen Sportik Lissabon. In Lissabon. Vot Player Galer. Ich glaube es ist. Wart 1, CY. Wart 2, Kalani. Wart 3, Robert Lewandowski. Ja. Sportlich. Also wir haben jetzt wirklich das vollste Vertrauen. Hier des Vorstandes. Wahnsinn. Was? Grenze bis zu. Rolls Vertrauen. Das ist sehr gut. Das sichert uns unsere Position. Hier auch alles. Spicco Pelo. Oh, herrlich. Schön, wa? Firmino spielt jetzt bei Bayern. Sehe ich hier gerade. Okay. Okay. Nicht schlecht. Und jetzt kommt Sporting und dann kommt gleich Frankfurt. Hier ist noch ein bisschen eignah dran. So, wir gucken erst mal in der zweiten Liga. Haben wir hier irgendjemanden? Also das sind die Torhüter. Das sind das mit Torhüter. Die Besten sind Wesel. Okay. Warum sehe ich hier keinen Clevin? Schade. Blickfeld. Steve immerhin. Hier haben wir einen jungen Spieler dabei. Auch schon 2 Millionen wert. Also auch schon brachial. Das sind die Bomheuer nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man so sagen. Hier auch von Nürnberg einer dabei. 2,6 Millionen sogar schon. Heidewitzker. Nicht schlecht. Jetzt auch gern. Aber gut. Außenbahnen. Da haben wir Panda Neto. Ja, die haben wir alle schon mitbekommen hier. Vor allem Neto und Panda. Aber Odak macht das auch ganz geschickt. Und hier auf den Außen. Aydin, Puka und Puka. Da haben wir sogar 3 rot-weiße. Das ist gar nicht mal so schlecht. Timo, Gebhardt, natürlich ist ein bisschen Ess. Na gut, so viel älter ist er gar nicht. Na gut. Entschuldigung. Das Elia hier ist, ist klar. Das ist klar. Aber er hat einen schwierigen Charakter. Also, da bin ich mit meinen Spielern ganz zufrieden. Bin ich ganz zufrieden hier. Mittelfeld, gehen wir hier mal rein. Kategorie. Auch schlecht was älteres. Mann. Gut, Möwald, herausragend. Da können wir ihn herausragend. Und Stürmer. Naja, gut. Da haben wir jetzt nicht einen, der wirklich heraus glänzt, sage ich jetzt mal. Aber hier haben wir noch 20. Was hat er für einen Marktwert mittlerweile. 4,3 finde ich ein bisschen untertrieben schon, finde ich fast. Also, ich würde ihn für 10 Millionen gehen lassen. Ja. Nicht für 4,3. Äh, ja, wir gehen da mit. Aber das war er noch gar nicht. Das war er noch gar nicht. Okay. Mannschaft der Woche, gleich 3 Mann. Können wir jetzt hier reden. Na, uch. Ich sagte nein. Hier können wir reden. Super jetzt spielen. Freut er sich. Carsten. Andermal. Können wir nicht reden. Schade. Hier fällt jemand aus. Das ist okay. lehnt ab, okay. Das ist nicht die Art von einem Vertrag, die ich mir vorgestellt habe. Gut, dann warten wir uns mit Zeit. Er rennt ja so schnell nicht weg. Hoffentlich. Hoffentlich sehr, weil er ist ein richtig guter Spieler hier. Haben wir da schon eine Tatsache? Auch, ganz ehrlich, so möchte ich R.I. hier sehen. Dann muss ich das hier rausnehmen bei ihm. Mit muss aufgestellt werden. Bleibt mir nichts anderes übrig. Aber trotzdem hier, das ist sauer. Das ist richtig gut. Ich glaube hier, mit Leon. Super. Gehen wir ein Stückchen weiter. Kleines Stückchen. Komm, komm, komm. Das ist gar nicht abgeschlossen. Ein bisschen trockbar wollte man noch. Einfach mal schauen. Jetzt habe ich Musik. Ich glaube hier, das ist gar nicht möglich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guckt euch jetzt mal die Tabelle an, Leute. Das ist der letzte Spieltag. Es ist der letzte Spieltag. Unentschieden wird uns in keinem Fall reichen, wenn wir eine negative Torbilanz haben. Aber, sollte sich Stoke City gegen die Franzosen als Saint-Atenor durchsetzen, also gewinnen, oder zumindest einen Punkt abtrotzen, dann, und wir sollten gewinnen, wie auch immer, wie wir es schaffen wollen, aber wir sollten irgendwie gewinnen, dann wären wir sogar in der zweiten Runde. Aber, wie gesagt, ist nicht unser Hauptaufmerk. Wir vermessen das sozusagen. Und Carsten kommt zurück. So geil. Von der Form her. Bombastisch. Gefällt mir. Den Leuten strahlt alles aus dem Arsch. Aber die hier machen mir halt so... Wie... Ach ja. Gut. Gut. Das gefällt mir einfach, wie das gerade läuft. Und da will ich es auch gar nicht groß ändern. Auch die Form her, das ist bombastisch. Aber... Das hier wird sich ändern wieder. Ich möchte aber von Kevin... In Bestform her. Das ist wirklich... Ich würde hier sogar sagen, wir geben hier sogar eine Prämie mit. Warum? Warum auch so hoch? Wenn wir das gewinnen, sollten wir das gewinnen, durch den 3D-Modus, weil es ist Europa, dann... Das kriegen wir ein paar Millionen. Und die können wir gut gebrauchen. Ganz einfach. Es wird uns ersparen, dass wir... Ähm... Trocken, habe ich mal gesagt. Ist es richtig geschrieben? Ja. Und ihn hier würde ich gerne einfach mal scouten lassen. Er hat keinen Verein. Spieler scouten. Hier. Dankeschön. Schließen. So. Wollte ich sagen, wir sind schon so weit, gell? Sind wir so weit. Können wir loslegen. Speichern. Speichern. Und dann sehen wir uns dann auch schon. Und zwar in der nächsten Folge. Gegen Sporting Lissabon. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bis dahin. Euer Robert. Ciao, ciao. Ciao.